nice nice so damit sind wohl morgen was wahrscheinlich ich habe sagt da kein kommentar zu kein kommentar das kann nicht sein dass da jetzt hoch geht ja danke jetzt gewinnt das training mal hier vorwärts und bleibt nicht stehen bei beiden der eine ist müde es wird kein problem sein das weiß ich jetzt schon zehn tausend siebenhundert überall nur salomon eigentlich zu wenig beider im hunger mal kurz bei salomon muss ich noch mal kurz gucken ach du bist doch erst einen tag alt das geht dann ja wirklich dann geht es eigentlich von den werten her wenn du schon fünf bist bei salomon da muss ich wirklich die weise in der regel engel digimon weisheit mp mp tp weisheit weisheit das wird es sein machen wir dann die ausdauer das passt doch das würde genau passen sind genau gegeneinander perfekt warum ist das salomon so schlecker bist du schon jetzt schon vom kapieren oder was salomon ist schon fast vor kapieren ja das habe ich mir fast gedacht dann haben wir jetzt auch das war jetzt echt eine schwere geburt das mit volumen das sieht man gleich so jawoll ihr wollt gelobt werden das ist super black walk sehr schön wir können wieder verkaufen nice dann können wir wieder ins restaurant speisen gehen ja können wir da wieder speisen gehen die börse schaue ich jetzt nicht täglich rein so sehr auf die mon danke ja 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 ihr beide eigentlich wäre es cleverer wenn ich später mache wegen der erschöpfung wo ich doch gar nicht hin ja ihr habt immer noch hunger da wollte ich hin trainingsraum so genau let's get started das ja ja perfekt so will ich das sehen nicht anders so ist es perfekt 100 100 points ja ja so so ist es gut nice training time so ist es super 100 punkte nice so und nicht anders jetzt haben die beide noch morgen ich habe kein geld das ist die scheiße ich würde es immer mit dem geld machen ja tp wo habe ich denn noch tp tp und geschwindigkeit eine schon voll alles klar salomon hat doch nicht so wirklich hunger salomon ist doch in der wachstumsphase ja voll perfekt das sind punkte das sind punkte 11.000 11 12 15.000 immer dass ich die tp wieder bei ihm extrem hoch pushen muss wo man ist so und so ein tp monster ja da geht über nichts anderes außer die tp salomon ziehe ich da gleich mit bei salomon muss ich auch immer noch die stärke gehen ja geht die ausdauer natürlich jetzt auch schön mit hoch hey oh jetzt können wir es mal kurz machen mit der jaguar kartoffel du magst diesen gegenstand nächstes mal machst du es besser oh mein gott so ist die fließe durch runter gegangen das macht gar nichts und dann zack damit wir wenigstens die 1000 bei salomon haben dass wir da noch hinkommen deswegen ist jaguar kartoffeln ja gehen wir mal kurz kacken die jaguar kartoffeln damit sie wieder hinten rauskommt die wirkt noch oder ja die wirkt noch damit haben wir die 1000 nein du schließt gucke wollen von geht schon nicht auch und ja wahrscheinlich ist auch gegeben so kurz wieder der rundgang der alltägliche rundgang kathomern jaguar geragum okay am nächsten tag dann der kam gucken wir mal rein das lohnt nicht das lohnt sowas von gar nicht trainingsraum Warte mal. Ja, Guomo ist gerade von oben runtergekommen. Alles klar. Guomo möchte ich weiterhin auf TP gehen. Machen wir das. Wollen wir mal unterschiedliches Training hier? Hm, aber scheiße. TP und andere MP? Aber bei der Ausdauer habe ich schon sieben. Du bist ehrlich, alles klar. Ehrlich, heißblütig. Guomo müsste eigentlich dann wieder schon bald digitieren. Und Salomon auch. Bei ihm könnte die Geschwindigkeit ein Knackpunkt sein. Bei ihm könnte die Geschwindigkeit ein Knackpunkt sein. Ja, das tippe ich jetzt einfach mal. Dass da die Geschwindigkeit wieder ein Thema ist. Das heißt, du kriegst das auch. Du kriegst das. Und da ist der Akku leer. Alles klar. Ich habe aber hier natürlich andere noch. Das ist kein Problem. Da. Wie sage ich doch. Ähm. Du kriegst auch Geschwindigkeit. Oder geht du machst Gerke, komm. Dann haben wir das. Dann haben wir das auch. Du machst Geschwindigkeit. 20, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein Problem. Wenn er so viel braucht. Das ist aber das Problem, wenn du es nicht weißt. Nein, ich brauche ich nicht nachgucken. Nee. Hoch. Aber auch bei allen dreien hoch. Ich gucke mal jetzt genau nach, was der braucht. Weil das hat sonst kaum Sinn. Mit sieben stärker wird es nicht sein. Keine Ahnung. Geschwindigkeit oder Weisheit würde ich jetzt tippen. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Also die Weisheit kann ich ignorieren. Tatsächlich. Es kann die Geschwindigkeit oder TP sein. Eins von den beiden wird es sein. Was da halt noch fehlt. Und. Das ist kacke, ey. Das ist wieder kacke, weil du es nicht weißt. Ich mache jetzt mal bei Gwollmon. Weil das war auch vorhin das Problem. Die TP. Aber ich habe auch gesehen, dass die Geschwindigkeit auch ein Problem war. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es sowohl als. Es ist aber nur ein Wert, der fehlt. Ein Wert fehlt. Komm. Ich mache die Geschwindigkeit jetzt so. Scheiß drauf. So. Geschwindigkeit oder TP. Eins von den beiden. 1,4 ist es nicht. Vielleicht 1,5. Salamon, der geht hier jetzt schlecht. Wirklich schlecht. Damit haben wir das Gartummon. Dann kriegt wir ja keiner einen Wachstumsbonus. Das ist kacke. Das ist kacke. Gartummon wäre schon für alles bereit. Das ist unfassbar. Also Gwollmon ist ein Problemfall gerade. All right. Ready? Sogar hat man kann nicht trainieren, gerade wie ich will. Drei Tage. Jetzt ist es das Schöne da dran. Aber Gwollmon. Da stehe ich gerade auf den Schlauch. Was der braucht. Reicht nicht. Reicht nicht. Das ist ein Scheiß. Komm, wo ist die Jaguar-Kartoffel. Doch. Eine Katze mag das. Das ist halt immer das Problem hoch. 19.000. Wo ist da der Punkt? Auch nicht. 1500 Geschwindigkeit. Irgendwas wird sein. Take this seriously. Was wird es sein? Und ich wäre gerne wissen, was. Nee. Ready? Die Geschwindigkeit ist es, glaube ich, nicht. Wie viel für TP brauchst du? Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Das habe ich mir denn da ausgesucht, ey. Werde ich aber noch nicht machen. Dann müssen wir lieber noch mal einen Tag warten. Auch ein anderes geht auch nicht bei dem. Ich kriege aber auch keine Infos. Nichts. Nichts. Ich mache jetzt TP. Ich mache jetzt nur noch TP. Weil ich habe keine Ahnung, was der braucht. Da ich keine Ahnung habe, was der braucht, ist das schlecht. Der braucht der 10.000 MP. Könnt's sein. Ich mache jetzt mal 10.000 MP. Nö. Ist das ein Scheiß? 20.000 TP haben wir gleich. Und du digitierst immer noch nicht. Gucken. 20.000. Reicht. Ich gucke jetzt noch mal richtig nach. Es ist unfassbar. So. Es müsste die Geschwindigkeit sein. Aber doch mal auf dem richtigen Zweig. Also das glaube ich. TP ist es nicht. Da sind wir glaube ich schon sogar weit drüber. Aber es bleibt dann fast nur noch die Geschwindigkeit übrig. Weisheit glaube ich persönlich nicht. Deswegen machen wir mal mit der Geschwindigkeit jetzt weiter. Obstimmt werden wir dann sehen. Irgendeins ist es. Geschwindigkeit oder Weisheit. Oder MP. Der Rest. Eigentlich war es geschlossen mittlerweile. So. Es bleiben nur die beiden dann da übrig. 1,6. Vielleicht 1,8. Das kann gut sein. 1,6 ist es nicht. Das sieht wie immer so ein bisschen sein Megalevel nach hinten. Stay focused. Ja. Das ist echt blöd. Du kannst dich auf keine Liste online verlassen. Was ist das so ein Kack ist das? Echt auf keine. Ich habe eine Liste, aber das stimmt ja mal gar nicht. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Jetzt habe ich auch keine Nahrungsdinger mehr. Für Geschwindigkeit. Ich hoffe, das ist einfach. Komm, einmal können wir noch. Einmal konnten wir noch. Pass auf. Gartemann schafft es Feuer. Dann rastet sich aus. Bei Gartemann mache ich jetzt. Stärke. Ganz klar. Stärke. Das ist natürlich so ein bisschen hoffen. Das ist irgendwann mal klappt. Auch noch nicht. Are you ready? Bei den Borg-Wormon ist für mich nicht intelligent. You're getting stronger. Ja, wir werden richtig stark gerade hier. Ich merke davon nichts. Over here. Das ist ja. Die Tage vergehen. Ja, 9. 9. Hatte man auch schon bei 2.000 Stärke. So ist jetzt nicht. Die Werte passen. Die sind super für ein Champion. Aber die Digitation. Schockt. Das ist das, was mich so stört. Was für ein fucking Wert fehlt da. Gucken, ob ich rausgehe, ob die sich loben wollen. Ja, perfekt. Vielleicht sehe ich es ja jetzt. Ne, von Bindungen. Das hilft mir richtig weiter. Das hilft mir. Wenn es am Ende Säge sind, habe ich richtig verkackt. Hoch. Das regt auf. Hoch. 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 Welcher Wert fehlt? Give this all you've got. Welcher fucking Wert? All right. Ready? So, letztes Mal. War mir nie wieder ein Grollmon. Boah. Das ist schlimm. Der fasst überall 2.000. Aber irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Aber ich weiß nicht was. Das ist kacke. Das ist scheiße. Hoch. Hoch. Alles hoch. Alles hoch. Bindungen 70 passen. Let's get started. Das war ich weiß halt hoch. Ich habe keine Ahnung. Ready? Ich habe keine Ahnung, was der braucht. Ich habe jetzt gedacht, das ist die Geschwindigkeit, weil die jetzt echt zu tief ist. Hey. Okay, now. You hungry? Eat up. Ich kriege das richtig auf. Ich kriege das richtig auf, weil du es nicht weiß. Du trainierst dir da eine Axt ab und trotzdem bleibst du auf der Stelle stehen. Gefühlt bleibst du auf der Stelle stehen. Na ja. Was helfen mir die vielen Punkte? Wenn ich aber einfach nicht weiß, was dem fehlt. Obwohl es wahrscheinlich so banal ist. Gartung wird eher digitieren. Ich mache jetzt mal hier. Ich muss es riskieren. Dass da vielleicht ein 2-1 gehen muss. 2-2. Keine Ahnung. Einmal mache ich noch. Ne. Es will nicht digitieren. Let's get started. Es will nicht digitieren. Es will nicht digitieren. Weil irgendein fucking Wert fehlt. Und ich weiß nicht welcher. Uli. Okay. Keine Ahnung. Echt nicht. Keine Ahnung. Was fehlt. Was fehlt. Was fehlt. Es ist die Frage, die ich mir nur gerade stelle. Was fehlt dafür ein Wert. So, gib mir Infos. So, was braucht ein Black-Walk-Walk-Walk-Walk-Walk-Walk-Walk-Walk-Walk-Walk-Walk-Walk. Stay focused. Gatomon, du mein Gefeinde. Gatomon ist eher dran. Es ist unfassbar. Das ist unfucking fassbar. Ich glaube, das nicht angewohnt haben wir. Wir haben angewohnt. So. Das war jetzt easy peasy erledigt. Wirklich easy peasy. Mittel. Ich denke mal, dass das das zweite ist. Moment. Farnemon ist das zweite. Ja. Ich glaube, das wird diesmal gar nichts wert mit den beiden. Weil da fehlt auch wieder was, was ich nicht weiß. Bei hoch. Hoch, ne? Könnte dann MP sein. Jetzt habe ich immer einen Wachstumsbonus, aber... Das ist unfassbar. Seiner wurde überholt. Weil irgendein Wert fehlt. Also ich mache mir nicht noch mal ein Gwollmann. Das weiß ich jetzt schon. Angewohnt man war viel einfacher, viel entspannter. Let's get started. Da brauchst du Ausdauer. Das kann auch sein. Das ist, wenn man noch ein bisschen Ausdauer braucht. Ich sage nicht, dass ein Angewohnung der sterben würde. Bin ratlos. Bin echt ratlos. Das hat so gut angefangen. Das hat so gut angefangen. Aber auf einmal schockt das... Beides hoch. Pff. Beides hoch. Okay, es läuft. Spinach. Ich heav'n dick. 35 meg, 20 Meter. Das hat so mit matternä.